Ich habe hier die Krise bekommen, wieder die Krise bekommen, weil ich meine Spindel nicht zusammengebaut gekriegt habe, weil ich an dieser Feder hier gescheitert bin. An dieser Feder bin ich gescheitert. Ja, ich habe diese Federn ausgebaut, zwei Federn sahen so aus und eine Feder war noch zusammengedrückt. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das Zusammengedrückte durch die Belastung passiert. Dann habe ich die dritte Feder auch noch auseinandergezogen. Dann habe ich hier zwei Stunden versucht, meine Spindel zusammenzustecken und das Gehäuse auf die Spindel draufzustecken. Und es ist mir nicht gelungen, wegen dieser Feder hier. Jetzt habe ich zu meiner Frau gesagt, besorgt mir bitte neue Federn. Und dann ist sie gleich los, hat mir heute neue Federn besorgt. Die gab es auch ziemlich schnell von John Deere. Und, haha, wie sehen die neuen Federn aus? Wie sehen die neuen Federn aus? So sehen die neuen Federn aus. Zusammengedrückt. Nicht so. Das ist die richtige Feder und das ist die... Ups, genau. Schmeiß weg damit. Und jetzt ist alles klar. Mit dieser Feder geht das wahrscheinlich jetzt ratzi-fatzzi. Okay, also, jetzt wird auch einiges viel klarer. Jetzt stecken wir mal einfach, jetzt überlege ich mal, ob ich doch nochmal... Aber egal. Ja, also, diese Feder, wenn man die natürlich jetzt hier raufsteckt, aha, die ist auch ziemlich fest, dann stört die überhaupt nicht... Es ist doch nicht auszuhalten! Dann stört diese Feder überhaupt nicht bei der Montage. So, und jetzt ist das wahrscheinlich... Überhaupt kein Problem. Das kann natürlich... Ah! Das kann natürlich jetzt sein, dass durch die Feder... Ja. Durch die Feder... Geht auch. Wie von selbst. Natürlich, dass jetzt auseinander gedrückt wird. Also, die Feder sorgt dafür, dass die Kegelrollenlager in ihren Sitz gedrückt werden. Und da muss natürlich eine gewisse Vorspannung herrschen. Aber wie gesagt, es ging im Prinzip wie von selbst. So, dann muss ich jetzt da oben und hier unten. Geht doch! Ist doch easy! Mann, ist das... Ey, das kann man doch nicht glauben! Das kann man doch nicht glauben! Mach ganz fest, kommt ganz locker. Also, nicht zu festziehen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Sehr cool! Sehr cool! Sehr cool! Ich stelle jetzt hier die beiden Rollen richtig ein. Alles richtet sich zum Untermesser aus. Das ist das ganz Entscheidende. Und das ist halt die Leere. Das ist die Leere. Die habe ich mir selber gebaut. Das ist im Grunde ein ganz einfaches Alu-Profil. Eine Alu-Platte. Und diese Schraube hier bestimmt die Schnitthöhe zwischen der Platte und dem Schraubenunterkopf. Das ist die Schnitthöhe, die ich einstellen will. Und die andere Schraube, die benutze ich, das seht ihr jetzt gleich, die benutze ich, um die vordere Rolle zum Untermesser auszurichten. So, jetzt haben wir hier eine Dreipunktauflage. Wir haben die Rolle, das Untermesser, die Schnittkante und die Untermesserauflagefläche. Und ich hänge jetzt diesen Schraubenkopf unter das Untermesser. Dazu löse ich jetzt hier nochmal, dazu löse ich nochmal jetzt diese Schraube. Ich hänge jetzt den Schraubenkopf unter das Untermesser, lege die Platte auf die vordere Rolle auf. Jetzt habe ich hier die zweite Schraube, der Mutternkopf hängt genau auf der Schneidebene. Mit der Schraube schraube ich jetzt die Platte hier hinten mit dem dritten 1, 2, 3, mit dem dritten Abstützpunkt auf dem Untermesser, auf das Untermesser auf und ziehe sie fest. Jetzt haben wir hier eine genau eingestellte Höherrolle zu Untermesser. Die müssen wir jetzt auf die andere Seite übertragen und dazu kann man hier seitlich die Lage der Rolle verstellen, sodass die Rolle dann komplett parallel zum Untermesser ist. Wir gehen also hier rüber, lösen jetzt und hängen hier auch die Schraube runter. Hier ist jetzt Luft zwischen der Platte und der Rolle und ich muss diese Rolle jetzt hochheben. Ich setze jetzt die Leere mit dem Schraubenkopf, da seht ihr das, setze ich jetzt den Schraubenkopf unter auf die Schnittfläche, an das Untermesser und die Schraubenspitze der zweiten Schraube, die drücke ich auf die hintere Kante des Untermessers. Und jetzt sieht man, so und da sieht man jetzt die Luft, da ist jetzt Luft, da ist jetzt Luft unter. Und jetzt muss ich halt die Rolle, die muss ich jetzt hochdrehen, damit sie hier auf der Platte aufliegt. Und dazu drehen wir dann hier unten an der Schraube. So, ein bisschen lösen hier, gut, die ist locker. So, ranhalten. So, jetzt müssen wir diesen Abstand, den können wir jetzt hoffentlich durch den Exzenter ausgleichen. Ja! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, wie hier, und jetzt schleift sie, wie hier oben jetzt die Rolle, die Rolle, die Rolle, herangedreht wurde. Mega cool. So, und jetzt ist die Rolle komplett parallel ausgerichtet zum Untermesser. So geil. Andere Seite nochmal gegenchecken. Ja, Freaks, warum mache ich das eigentlich? Was ist das Ziel dieser ganzen Geschichte? Das Untermesser soll natürlich ganz parallel zum Boden laufen. Das ist das total Entscheidende. Wenn die Rollen nicht parallel zum Untermesser sind und das Untermesser nicht parallel zum Boden ist, dann hat man so keilige Schnitte. Wenn ich jetzt zwei Bahnen nebeneinander mähe, dann sieht man so eine Trapez, wie so eine, ja, was ist das, wie so eine Sägezahn, wie eine Sägezahnkontur auf dem Rasen. Nur wenn die Spindeln komplett parallel zum Boden laufen und natürlich auf eine gleiche Höhe eingestellt wird, dann gibt es einen ganz ebenen, gleichmäßigen Schnitt. Und das ist das Coole. Was macht man jetzt noch? Jetzt kommt die letzte Einstellung. Jetzt haben wir halt das Messer und die hintere, ich sage immer die hintere, das ist die Vorderrolle, das Messer und die vordere Rolle ausgerichtet. Stecken wir wieder unter. Perfekt. Und jetzt drehen wir jetzt die vordere Rolle, drehen wir jetzt auch gegen die Platte gegen. Dann nehme ich einfach jetzt hier meinen Gewinde und drehe jetzt die Rolle gegen die Platte gegen. Zack. So, nicht zu viel. Die andere Seite kommt auch noch hoch. Das machen wir jetzt an der anderen Seite auch. Ja, und dann haben wir exakt 16 Millimeter eingestellt und exakt die Rollen parallel ausgerichtet. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich hier hinten rumfummele. Die andere Seite drehe ich jetzt auch gegen. Und deswegen liebe ich mal den neuen Ratschenschlüssel. Ja, gut. Noch mal. Ja, wir müssen zurück. Wieder ran. So, andere Seite nochmal gegenkontrollieren. Gut. Ja, jetzt fehlt nur noch das Anziehen. Die Klemmrolle, die Klemmschraube anziehen. Ordentlich festziehen. Das war nicht gut. So. Gut. Ja, Freaks, das war soweit das Wesentliche zur Spindel. Untermesser aufgebaut. Neues Untermesser eingebaut. Die Spindel geschliffen. Die beiden Rollen jetzt ausgerichtet, auf die richtige Schnitthöhe eingestellt. Was jetzt als letztes noch kommt, ich habe mich da nochmal schlau lesen müssen, weil die Spindel noch nicht optimal schneidet, habe ich nochmal nachgelesen. Das Untermesser, das neue Untermesser auf die Messeraufnahme geschraubt, bedeutet nochmal nachschleifen. Damit es auch wirklich über die ganze Schnittkante parallel ist zur Spindel. Das habe ich leider nicht gewusst. Das muss ich jetzt noch machen lassen. Das heißt, die Spindeln gehen jetzt nochmal zum Händler. Und dann ist hoffentlich der perfekte Schnitt da. Es kommt noch eine zweite Sache. Die verrate ich jetzt hier auch. Ich habe mir diese Spindeln schleifen lassen. Hier bei so einem privaten Rasenmäher-Freak, der auch Rasenmäher repariert. Der Schliff ist zwar in Ordnung, aber laut John Deere sollen diese Spindeln einen Hinterschnitt kriegen. Hier, so habe ich es gemacht oder machen lassen. Incorrect. Und hier steht correct. Da, correct. Das heißt, hier, du hast eine schmale Schnittkante und musst dann so einen 20 Grad Hinterschnitt machen. So soll das sein, Freaks. Man wird jeden Tag schlauer. Ich werde mit dem Händler jetzt mal reden, was das nochmal kostet. Ich habe jetzt das Ding komplett neu aufgebaut. Neue Lager, neu lackiert, alles neu. Da muss am Ende auch nochmal das Messer dann sauber perfekt profimäßig geschliffen werden. Das kann ich jetzt leider auch nicht selber machen. Ich will hier ein perfektes Messer haben für meinen Rasen. Ja, Freaks, danke fürs Zuschauen. Das war das Thema Spindeln reparieren. Cool, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bleibt dran. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Tschüss.